Hallo zusammen, es ist Dienstag, der 6. Oktober und wir haben 9.30 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip über den Dow Jones starte. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gemacht und morgen, also Mittwochvormittag, stelle ich dann auch einen Film über den Nasdaq rein. So, wie sieht eine Dow aus? Im Prinzip gar nicht schlecht, muss ich sagen. Diese Linie hier, die kann ich mir nicht noch vom letzten Mal, die kann ich rausnehmen und lege sie hier hin. Also, was passiert? Wir sind hier im Tageschart, eine Kerze, ein Tag, die Bänder sind relativ eng, das ist völlig in Ordnung, kein neues Signal. Ein Signal entsteht, wenn wir hier diesen Punkt überboten haben, das ist also das letzte Zwischenhoch, kleines Zwischenhoch, was in einem Shootingstar endete und da sind wir bei 28.408. Das ist genau der gleiche Punkt wie das obere Band. Das ist also sehr wichtig, 28.408. Wir sind über 10-und-zwanzig-Tage-Linie, 200-Tage-Linie weit abgeschlagen, ist also grundsätzlich hier vom Chart her alles in Ordnung. Wir haben gestern geschlossen bei, ich glaube, 28.148. Wir rechnen im Moment 28.110. Auf der Unterseite gibt es erstmal dieses kleine Unterstützungsniveau um die 10-Tage-Linie rum, 27.360. Und als nächstes noch das Gap, was wir haben vom 25.09. bei 27.173. Das ist wichtig, da setze ich gleich den Schein an, den ersten Call. Wir sind vom MACD her weiter positiv, nirgendwo ein Schwächesignal, genauso auch wie der Oszillator, überkauft, klar, muss aber auch nach dieser Bewegung. Das sieht grundsätzlich so aus, als ob der weiter geht. Wie gesagt, Widerstand hier oben, die A 28.408. Da muss man mal ein Auge drauf werfen. Wenn wir da durchgehen, habe ich kein Problem zu glauben, dass wir auch locker auf die 29.000 gehen. Natürlich, die Präsidentschaftswahl kommt immer näher, klar, jeden Tag. Aber, mein Gott, wenn ich das immer ins Kalkül ziele, dann muss ich die nächsten vier Wochen aufhören zu handeln. Ich habe euch einen Schein mitgebracht, und zwar ein Call. 27.146. Ich sprach von diesem Gap gerade eben hier, vom 25.09. bei 27.173. Das ist für mich der Extremfall, wenn er fallen sollte, er, Herr Dow. Aber wir haben jetzt hier eine sehr schöne Unterstützungszone im Bereich 27.530, die Kombination aus 10- und 20-Tage-Linie. Das wird ja heute noch ein bisschen zusammengehen. Das ist für mich schon mal ein guter Punkt. 27.530 als Unterstützung. Da gehe ich aber jetzt hier nicht gleich drunter. Das wäre selbst mir zu heiß. 27.340. Das wäre mir zu heiß. Deswegen, ich suche einen, der etwas unterhalb von diesem Gap liegt, weil Gaps sind oftmals nur nach Unterstützung. Und das ist 27.146. Das ist ein 30er Hebel. Das ist keine Kinderfasching-Option. Mit der Kennnummer GF3J4C. Das ist für den Fall, dass wir wirklich das obere Band rausnehmen und eben dieses Zwischenhoch bei 28.408. Von dem Putz her habe ich mich für folgende entschieden. 29.358. Damit liegen wir hinter diesem Hoch. Das war bei rund 29.200. Liegen wir also rund 160 Punkte dahinter. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB7PLD. Gustav Bertha 7 Paula Ludwig Dora. GB7PLD. Der hat genügend Abstand, sodass man sich bei Überschreiten von diesem Hoch durchaus auch noch absichern kann und einen ordentlichen Stop einbauen kann. Der Putt kommt bei mir eigentlich erst dann in Frage, wenn wir hier zu hoch sind und drehen. Das könnte innerhalb von einer Woche passieren, aber das ist noch nicht der Fall. Oder wenn wir gleichzeitig 10 und 20-Tage-Linie mit Schlusskurs unterbieten, weil ich dann davon ausgehe, dass wir hier nochmal eine Etage tiefer gehen. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.